Bibel und Buddha Vom gut katholischen Schwarzwaldmädel zur feministischen Buddhistin. Silvia Wetzel hat einen langen Weg hinter sich. Mit ihren kulturkritischen und feministischen Ansätzen gilt sie als Pionierin des Buddhismus im Westen. Heute ist die 61-jährige Leiterin der Buddhistischen Akademie Berlin. Ihre christlichen Wurzeln hat sie aber nicht gekappt. Im Gegenteil, sie liest immer wieder gerne in der Bibel und deutet die altbekannten Texte aus buddhistischer Sicht neu. Lorenz Marti hat Silvia Wetzel getroffen und gemeinsam mit ihr in der Bibel geblättert. Ihre erste Heimat war der Adler. So hiess der Landgasthof im Herzen des Schwarzwaldes, in dem Silvia Wetzel aufgewachsen ist, als Kind einer gutbürgerlichen Familie. Sie wurde katholisch getauft, lernte aber schon früh auch die evangelische Tradition kennen. Ich bin in einem gemischten Städtchen aufgewachsen, wo sozusagen die alteingesessene Bevölkerung primär katholisch war. Aber fast ein Drittel der Bevölkerung war evangelisch. Und in meiner Familie, bis zu meinen Urgrosseltern, gab es gemischte Ehen. Mein Großvater war evangelisch, meine Oma war katholisch, meine Mutter natürlich mit ihren Geschwistern, die waren alle katholisch. Meine Mutter und alle ihre Geschwister haben wieder evangelische geheiratet. Das heisst, das Thema katholisch, evangelisch, Abgrenzung, das war einfach kein Thema bei uns. Weil mein Vater war evangelisch, mein Opa war evangelisch, meine Urgrossmutter war evangelisch. Und meine Mutter war sozusagen badisch, liberal, katholisch und sagte immer, der liebe Gott hat einen grossen Garten. Da sind Sohnige und Sohnige drin. Und manche sind halt schwierig und manche sind halt netter, aber alle gehören in den Gottesgarten. Und in diesem grossen Garten fühlte die junge Sylvia sich durchaus zu Hause. Für mich war es normal, mit meinem Cousin, der gleich alt war, mal in den Kindergottesdienst zu gehen, zu den Evangelischen. Und er ist mit mir in die Maiandacht gegangen, weil da so viel los war. Da gab es eben diesen Weihrauch und die Kerzen und die Blumen und die Lieder, das kannten die alle nicht bei den Evangelischen. Also einmal war das für mich natürlich, es wurde nicht schlecht geredet über die andere Konfession. Und für mich als Kind hat der Katholizismus funktioniert. Ich bin gerne in die Maiandacht, ich fand die Lieder schön, bei mir hat sogar Beichten funktioniert. Also ich kam aus der Beichte und habe mich gefühlt wie ein Engel. Und bin dann extra einen anderen Heimweg gegangen, nämlich durch einen Park, wo man so schön hüpfen konnte. Weil ich war ja wie ein Engel. Und wenn der Engel wieder einmal stolperte, ging er, respektive sie, wieder zur Beichte. Also ich hatte ein gutes Gefühl, man darf Fehler machen und dann kann man das beichten. Und niemand erwartet von mir, dass ich bis zur nächsten Beichte keinen Fehler mache. Sondern es wird sogar für normal gehalten, dass ich Fehler mache. Allerdings war das nach einer Weile für mich ein Problem, weil ich wollte gut sein. Und ich habe meinen Pfarrer beim Beichten immer damit genervt, dass ich sagte, ich will gut sein, warum kann ich das nicht? Sagen Sie mir das bitte. Und er konnte es mir nicht erklären. Er hat gesagt, ich müsste mich mehr anstrengen. Dann habe ich gesagt, ich streng mich an, aber ich vergesse das Morgengebet oder das Abendgebet. Und dann manchmal schimpft meine Mama mit mir und dann sage ich auch was Böses. Und ich will das eigentlich nicht, aber es kommt einfach aus meinem Mund raus. Was soll ich machen, damit es nicht rauskommt? So habe ich ihn gefragt. Und er hat immer wieder gesagt, ich soll es halt versuchen. Es ist ja aber auch nicht so schlimm, wenn man Fehler macht. Man kann ja wieder beichten. Und ich müsste nur ganz stark brav sein wollen. Und das wollte ich ja, aber es hat nicht geklappt. Im denkwürdigen Jahr 1968 machte Silvia Wetzel das Abitur. Dann ließ sie die Enge der Schwarzwaldtäler hinter sich und zog zuerst nach Heidelberg und dann nach Berlin, um Slawistik und Politikwissenschaft zu studieren. Die unschuldige Glaubenssicherheit des jungen Mädchens war ihr unterdessen abhandengekommen. Vieles, was die Kirche lehrte, erschien ihr fragwürdig. Und so trat sie aus der Kirche aus, engagierte sich in linken Aufbruchbewegungen, wurde Feministin und gründete eine der ersten deutschen Frauenrockbands. Ende 20 dann entdeckte sie während einer Indienreise den Buddhismus. Ich bin nach Indien gefahren, auf der Rückreise von einer China-Reise. Wir wollten China untersuchen, Rolle der Frau in China, die Lage der Frau im Sozialismus. Und ich habe gesagt, auf der Rückreise gucke ich mir Indien an. Und als ich in Indien plötzlich in einem tibetischen Zentrum in einer Pooja saß und wir auf Tibetisch ein Ritual sangen, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich bin nach Hause gekommen. Und ich habe dann den Rest der Zeit, ich habe zwei Jahre in Indien und Nepal verbracht, versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. In den allerersten Stunden, wo ich dem tibetischen Buddhismus begegnet bin, das war so ein Gefühl von nach Hause kommen. Und jetzt würde ich sagen, das war die Begegnung mit Transzendenz, mit Religion, die Intellekt schätzt. Also die Tibeter lieben ja die Debatten. Die fanden es großartig, dass wir alles und jedes hinterfragt haben. Die fördern das Hinterfragen. Aber sie reden eben auch über Leben und Tod und Sinn und Bedeutung. Und das war etwas, was mir zum ersten Mal in einer für mich passbaren Weise begegnet ist. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Silvia Wetzel jetzt Buddhistin. Ausgebildet in der tibetischen Tradition, hat sie sich später auch mit Zen und der alten Lehre des Theravada auseinandergesetzt. Sie unterrichtet Meditation, hält Lehrvorträge und schreibt Bücher. Vor zwei Jahren ist sie mit einer internationalen Auszeichnung als herausragende Frau im Buddhismus geehrt worden. Ihr christliches Erbe verleugnet sie dabei aber nicht. Ich werde natürlich oft gefragt, sind Sie denn jetzt Buddhistin? Dann sage ich, von meinen Übungen her, ja. Von bestimmten philosophischen Ansätzen her, ja. Und ansonsten bin ich das Produkt meiner Zeit. Ich habe mein katholisches Christentum nie völlig verneint. Ich bin herausgegangen, als das Christentum mir keine Antworten auf meine Fragen geben konnte. Aber ich bin genauso Produkt der freiheitlichen westlichen Kultur, der abendländischen Philosophie. Also ich empfinde mich als eine Person, als eine Frau, die einen Dialog, Buddhismus, Christentum in sich selber führt. Der Buddhismus gilt als Religion ohne Gott. Wie kommt nun eine Buddhistin mit dem christlichen Gott zurecht? Es gibt ja in der christlichen Tradition die Via Negationis, also die Annäherung an Gott über die Verneinung all dessen, was er nicht ist. Und da kommt ja die Aussage, Gott ist unfassbar. Und da finde ich eine sehr starke Parallele zum buddhistischen Leerheitsbegriff. Im Buddhismus wird es nicht personalisiert, sondern da sagt man einfach, wenn man Leben untersucht, kommt man immer an den Punkt, wo man sagt, jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Wir erleben mehr, als wir begreifen. Und die christliche Annäherung an Gott über die Via Negationis, über das Verneinen von Fassbaren, Verneinen von Begriffen, da gibt es für mich eine starke Parallele. Und so bleibt Silvia Wetzel offen für die christliche Tradition und liest auch als Buddhistin gerne ab und zu in der Bibel. Ich finde in der Bibel Texte, die mich tief berühren. Und ich habe in der buddhistischen Literatur weniger Texte gefunden, die mich tief berühren. Vielleicht noch ein bisschen mehr in der indischen Literatur. Es gibt ein paar Upanishaden, die ich auch sehr schätze, oder die Bhagavad Gita. Aber die meisten buddhistischen Texte sind sehr verstandesbetont. Und die Bibel hat sehr viele Texte, wo Gleichnisse eine Rolle spielen, Bilder, eine Bildersprache ist und die finde ich sehr berührend. Und die Weisheiten, die damit ausgedrückt werden, sind für mich letztlich die gleichen. Aber die Sprache ist poetischer, bilderreicher. Und deswegen lese ich gerne die Bibel. Bei der Bibellektüre hat Silvia Wetzel so ihre Lieblingstexte. Sie hat für diese Sendung einige ausgesucht. Also ich lese sie gerne in den Paulusbriefen, 1. Korinther, Kapitel 13. Und wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ja, das finde ich grossartig. Denn ich verstehe den Buddhismus auch so, es geht nicht um Erkenntnis als Endziel, sondern jede Art von Erkenntnis in die tiefe Verbundenheit mit allen Wesen hat den Zweck und den Sinn, eine Haltung der Freundlichkeit und der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Und das ist für mich die gleiche Aussage wie hier in diesem Satz im Korintherbrief. Und wenn es hier im zweiten Satz heißt, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das stimmt. Denn das ist alles nur Mittel. Bestimmte Erklärungen können den Verstand so weit beruhigen, dass man sich nicht mehr ängstigt. Ja, das ist hilfreich. Oder Vertrauen ist natürlich auch gut. Aber das Vertrauen ist hilfreich, damit ich die Verbundenheit wiederum entdecke mit allem, was lebt, allem, was ist. Also Liebe ist natürlich für mich auch eine Metapher. Damit ist für mich die Freundlichkeit und Wertschätzung gemeint, die allem, was lebt, zusteht. Und dann heißt es im achten Absatz, die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Ich meine, irgendwann werde ich alt und irgendwann könnte es sein, dass mein ganzes intellektuelles Gebäude Risse kriegt und ich nicht mehr logisch besonders gut denken kann. Und meine Erfahrung ist, Menschen, die diese Herzqualität haben, die diese grundlegende Freundlichkeit anderen gegenüber haben, die haben die auch, wenn sie senil sind. Aber die intellektuellen Fähigkeiten, die gehen verloren. In dem Sinne kann ich das bealten Menschen mit eigenen Augen, mit den eigenen Sinnen wahrnehmen, dass das Einzige, was übrig bleibt, die Freundlichkeit und die Liebe ist. Buddhismus wie Christentum gehen von einer höheren oder auch tieferen Wirklichkeit aus, die wir mit den Sinnen nicht mehr erfassen und mit dem Verstand nicht mehr begreifen können. Man kann die tiefste Dimension von Erleben nicht zum Objekt machen. Aber ich weiß, da ist etwas, das ist größer als ich. Da ist eine Intelligenz, die ich nicht fassen kann mit meinem Verstand. Die kann ich auch nicht zum Objekt machen. Aber sie ist die Grundlage jeder Erfahrung. Das wäre sozusagen eine buddhistische Annäherung an das Unfassbare. Ich finde den Buddha sehr konsequent an der Stelle, dass er sagt, der Verstand kann viel. Der Verstand kann sogar begreifen, dass er das nicht begreift. Der Verstand kann seine Grenzen erkennen. Das ist menschliche Intelligenz. Und dann über das, was man nicht verstehen kann, was man mit dem Verstand nicht fassen kann, darüber zu spekulieren, ist ein bisschen vergebliche Liebesmüh. Also in dem Sinne hört der Buddha auf zu reden, wo das Staunen anfängt. Und er belässt es beim Staunen. Dieses Unfassbare wird in vielen religiösen Traditionen Gott genannt. Für Buddha dagegen bleibt das Unfassbare auch unaussprechlich. Er hat sich geweigert, darüber zu reden. Für mich ist Buddha einer der ersten Aufklärer. Also um Max Weber zu zitieren, Buddha hat die Entzauberung der Welt sozusagen schon beschrieben. Und ich finde es die redlichste Haltung dem Unfassbaren gegenüber, dass man sagt, ich kann es nicht fassen. Ich meine, das haben moderne Theologen auch gesagt. Paul Tillich sagt auch, wenn man an etwas Vorletztem festhält, wenn man etwas Vorletztes verehrt, ob das Bilder sind oder Worte, treibt man Götzendienst. Also ich muss sozusagen Gott als das Letztendliche im Nichtfassbaren belassen. Und ich darf darüber eigentlich nichts sagen. Sonst treibe ich Götzendienst. Das sagt ein Theologe, ein Evangelischer. In der christlichen Tradition ist hier auch von einer geistlichen Armut die Rede. Und zwar in einem durchaus positiven Sinn. Das zeigt auch einer der biblischen Lieblingstexte von Silvia Wetzel aus der Bergpredigt. Die ganze Bergpredigt gefällt mir. Aber was mich sehr berührt ist, Selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Früher habe ich gedacht, das heißt, die, die dumm sind, und fand es schlimm, diese Aussage. Selig sind die Dummen, die kann man gut beherrschen, habe ich gedacht. Aber nachdem ich Meister Eckart gelesen habe, über die geistliche Armut, habe ich einen anderen Zugang bekommen. Eine Übersetzung ist für mich, Selig sind die, die Grenzen ihres Verstandes erkennen. Denn sie leben schon im Himmelreich. Sie haben schon Zugang zum Wunder des Lebens. Der Verstand weiss viel, aber das Herz weiss manchmal mehr. Diese Weisheit des Herzens spricht für Silvia Wetzel aus den Seligpreisungen. Und aus dieser Weisheit ergibt sich für sie auch eine ganz konkrete ethische Verpflichtung. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, und in dem Sinne ist für mich Mitgefühl mit eigenem und fremdem Leiden ein ganz großartiger Weg, um Verbundenheit zu entdecken. Und die Erfahrung, die viele Menschen machen, wenn ich wirklich Mitgefühl mit den anderen habe, begegne ich immer wieder Menschen, die auch mir Mitgefühl entgegenbringen. Dann gefällt mir noch, Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Das spricht meine politische Seele an. Ich denke, alle Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Gerechtigkeit. Die wollen, dass es gerecht zugeht in der Welt. Wobei es auch klar ist, dass das ein großes Ideal ist, was wohl nie erreicht werden wird. Aber sich einsetzen für die Wertschätzung aller Menschen finde ich etwas Grossartiges. Das ist ja auch ein Ausdruck von Verbundenheit mit allen. Und wer diese Verbundenheit mit Menschen spürt, lebt jetzt schon im Himmel. Ob Texte aus der biblischen oder aus der buddhistischen Tradition, Silvia Wetzel begegnet ihnen mit Respekt. Und sie ist überzeugt, diese Texte werden erst dann lebendig, wenn sie sich für heutige Leserinnen und Leser mit konkreten Erfahrungen verbinden. Alte Texte oder auch Kommentare, Erklärungen, Exegesen, was auch immer es ist, die haben eine Kraft, wenn dahinter die Erfahrung der tiefen Dimension einer Person steht. Natürlich, wenn man es da niederschreibt, klingt es wie eine objektive Tatsachenbeschreibung, also dritte Personenperspektive. Aber es wird fruchtbar, wenn ich das angucke als etwas, was mich inspiriert, selber die Erfahrung zu machen. Und da finde ich alte Texte zum Teil unglaublich gut, weil die nicht so egozentrisch aufgeladen sind wie manche moderne Texte, nicht so verwickelt sind mit Vorlieben und Abneigungen. Die haben so etwas Reines, Klares. Aber die Funktion ist, das zu erleben, was sie beschreiben. Diese alten Texte müssen nicht geglaubt werden, im Gegenteil. Wer sich ihnen aussetzt, wird auch mit ihnen ringen. Ich glaube, dieser Schritt von der Lektüre eines Textes hin, ich sage es mal zur Realisierung, zum eigenen Erleben, ist immer ein Ringen. Und man muss es wie in die eigene Bilderwelt der jetzigen Zeit übersetzen. Und das ist ein Ringen. Aber richtig gute Texte, die aus einer tiefen Dimension heraus gesprochen werden oder gesprochen wurden, die haben nach 1500 oder 2000 oder zweieinhalbtausend Jahren zum Teil noch die Kraft, diese eigene Erfahrung anzuregen. Und dann kann ich auch Übersetzungsarbeit leisten. Aber dann ist die Hilfe, wenn man eine, ich sage jetzt mal, Meditationspraxis hat, man kann auch eine Gebetspraxis machen, also etwas, wo man versucht, Lehrinhalte, Thesen, die einem einleuchten, die einem berühren, nach innen zu nehmen. Also aus der dritten Personenperspektive in die erste Personenperspektive zu übertragen durch einen meditativen Prozess. Also in dem Sinne gehört für mich das gründliche Nachdenken zu dem sich als aus der Tradition herausgefallen Erlebens. Und dann braucht es diese eigenen Meditationserfahrungen, dass man wieder Boden findet. Nachdenken, Kritik und Meditation gehören zusammen, wenn die Buddhistin Silvia Wetzel die Bibel liest. Zum Beispiel den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich auch schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ja, wir haben ja das schöne Wort Gott, Vertrauen. Und das bedeutet für mich Vertrauen auf diese uranfängliche Intelligenz in uns. Und für mich ist der Weg dahin erstmal ein gut gelebtes Leben. Also ich muss schon in der Fülle meines Lebens stehen. Ich muss auch viel ausprobiert haben. Ich muss meine Sinne kennen. Ich muss meinen Verstand kennen. Und wenn ich dann an die Grenzen des Verstandes komme und das entdecke, was jenseits von Denken, von Worten, von Begriffen, von Zeit, von Raum ist, dann entsteht ein Vertrauen, dass diese uranfängliche Intelligenz in jeder Sekunde bei mir ist. Und auf die Intelligenz vertrauen, das ist für mich der Anfang. Von Gott vertrauen und die Buddhisten sagen, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, die Grenzen des Verstandes und dieses Unfassbare, kann dadurch dieses Vertrauen auf diese uranfängliche Intelligenz wachsen, sodass ich selbst in Situationen, wo mein Verstand nicht mehr weiter weiß, wo meine ganze Lebenserfahrung mir nicht mehr hilft, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, dann kann ich mich trotzdem mit Gott vertrauen oder Buddha vertrauen oder Ur vertrauen hinsetzen und einfach ein bisschen warten. Und vielleicht fällt mir dann was ein, was hilft. Aber selbst wenn was schief geht, ist dann ein Vertrauen da, dass ich irgendwie einen Weg finden werde, damit umzugehen. Das ist für mich Gott vertrauen, Ur vertrauen und das ist für mich die Aussage von diesem Psalm, wobei ich das natürlich nicht mit dem Herrn formuliere, das ist für mich eine Metapher, die in einer patriarchalen Tradition sinnvoll ist und Menschen berührt, aber für mich heute ist das Wort Urvertrauen passender. Die Selbstverständlichkeit einer Tradition ist für viele Menschen zerbrochen, auch für Silvia Wetzel. Sie nimmt nichts ungeprüft hin. Vielmehr hält sie sich an das Zen-Wort kleine Zweifel, kleine Erleuchtung. Großer Zweifel, große Erleuchtung. Ich kann einfach nicht ungebrochen an das glauben, was die katholische Kirche oder die protestantische Kirche oder die buddhistischen Texte erzählen. Ich glaube, zur Zeit des Buddha ist das gleiche in Indien passiert, dass es eine Gruppe von Leuten gab, die den Upanishaden einfach nicht mehr glauben konnten oder den Veden. Und der Buddha hat sie angestiftet zum Selberdenken. Das Selberdenken, das gründliche Erforschen, das machen nur Menschen, die aus der Tradition herausgefallen sind. Wer schon Bescheid weiß, dass die Tradition recht hat, der braucht nicht gründlich nachzudenken. Der muss nur nachdenken im Sinne von Sätze wiederholen und sagen, ja, da steht es, ich glaube das. Also, solange das funktioniert, habe ich da nichts dagegen. Aber es gibt eben viele Menschen inzwischen, die können diesen alten Traditionen nicht mehr ungebrochen glauben. Und dann ist die einzige Chance, Verzweiflung zu vermeiden, dass man anfängt nachzudenken. Dann kann man immer noch manchmal verzweifeln, weil das natürlich anstrengend ist, selber zu denken. Und man muss es auch aushalten, dass man viele Sachen nicht weiss. Den Mut zum Selberdenken verdankt Sylvia Wetzel unter anderem ihre Lieblingsphilosophin Hannah Arendt. Von ihr übernimmt sie auch den Begriff Denken ohne Geländer. Selberdenken ist ein Denken ohne Geländer. Das Denken mit Geländer ist das Nachdenken im engen Sinne. Ja, da habe ich ein Geländer, die Tradition sagt das und dann versuche ich, die Sätze nachzuvollziehen. Denke ich darüber nach und sage, ja, Sie haben recht. Prima. Aber wenn ich das schon gar nicht mehr so glauben kann, ja, was soll ich denn anfangen? Ich meine, natürlich gehe ich immer von bekannten Sätzen aus, aber dann kommt vielleicht ein Zweifel und sagt, das glaube ich nicht. Und dann fange ich an, selber zu denken. Weil ich dem Alten einfach nicht mehr glauben kann. Das ist nicht eine Verweigerung aus Langeweile oder so, das ist eine Not. Wenn die Erklärungen der Tradition zu meinen Fragen nicht mehr passen, dann verzweifle ich entweder, gibt es ja auch. Es gibt keinen Sinn im Leben. Ja, die Leute gibt es ja auch. Oder ich fange selber an zu fragen. Und dann bin ich ziemlich gut dran, wenn es Meditationsmethoden gibt. Also wenn ich einen meditativen Weg kennenlerne, inspirierende Texte kennenlerne, die mir helfen, das, worüber man nicht reden kann, selber zu erfahren. Ein Denken ohne Gelände, tastet sich vor, ist offen und voller Fragen. Ich kann da wieder Hannah Arendt zitieren. Sie hat in ihren Kant-Vorlesungen die Funktion von Verstand und Vernunft in einer Weise klar unterschieden, wie ich das Woche noch nie kapiert habe. Sie sagt, der Verstand stellt beantwortbare Fragen und schafft nützliche Dinge dann. Die Vernunft oder die höhere Vernunft stellt unbeantwortbare Fragen. Und in Europa ist es Freiheit, Gott und Sterblichkeit. Das sind unsere grossen Fragen. Und man muss diese Fragen stellen. Und sie sagt sogar, wenn man aufhört, unbeantwortbare Fragen zu stellen, verliert man irgendwann die Fähigkeit, beantwortbare Fragen zu stellen. Und so stellt Silvia Wetzel immer wieder Fragen, auch an die alten biblischen Texte. Ob sie eine Antwort erhält, ist ihr weniger wichtig, als immer wieder neu zu fragen und so im Spannungsfeld zwischen Buddhismus und Christentum ihren eigenen Weg zu gehen. Lukas Kapitel 15, das verlorene Schaf. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Was für mich die schöne Botschaft dabei ist, wenn ich brav sein kann, ohne Zweifel, in der Tradition, geborgen, die kollektiven Antworten stimmen, dann ist das Bravsein keine besondere Leistung. Wenn ich aber aus der Tradition herausfalle und meinen eigenen Weg suche, mache ich notwendigerweise Fehler. Ich habe ja keine Vorbilder. Das heißt, ich werde mich verirren. Wenn ich aber dann einen Weg finde, dann ist es einfach ein großes Wunder und das ist ein Grund zum Feiern. Und mir fällt da noch ein Satz ein, den mein tibetischer Lehrer Lame Yeshe gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt Leute, die sind zu schwach, um was Negatives zu tun. Die sind auch zu schwach, um was Gutes zu tun. Und ihm gefiel immer die Geschichte von Saulus und Paulus. Er hat gesagt, das gefällt mir. Das ist wie Milarepa. Der hat auch erst böse Sachen gemacht und dann wurde er ein großer Heiliger. Das heißt, für mich ist dieses Sich-Verirren ein Ausdruck auch vom Suchen. Ich suche einen eigenen Weg. Ich suche einen neuen Weg. Vielen Dank.